Ich will jetzt nichts sagen, aber eine Vayne-Lux-Combo gegen mir ist, ist gerade nicht so geil. Ja, ja. Da kann sich Alex noch so anstrengen, aber... Seid einfach zu vollzauern, da kann ja nichts passieren. Was ist ein Arsch, doch das Arsch. Tötet ihn. Was habe ich eigentlich in der Mitte? Achso, Yasuo. Nee, denkt der ist top, oder? Nee, du hast Schweiß. Ja, Arise mit dem. Achso, ah, okay. Sie sind direkt anzueinander, deswegen. Easy peasy. Hi, bei Assassin's Creed bin ich jetzt durch mit der Hauptstory zumindest. Ja, ja, brauche ich. Das ist eigentlich echt nice, finde ich. Also ich finde es schon gut, aber ich kann es echt sagen. Ich habe einen Bugspat, nice. Oh, nice. Ich habe einen Bugspat, nice. Ich darf direkt League mal starten, wieder. Ganz komplett. Mein komplettes Interface ist weg. Nice. Oh, ich liebe League. Ja, wenn ich halt bedenke, dass Black, Black war ja das, was mir lebt. Also als, ich fand es nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ich fand es nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ich fand es nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ich fand es nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ja, ich war echt froh damit, ich glaube, jetzt haben wir doch zwei Jahre gebraucht, um das neue rauszubringen. Ich habe echt verdammt Glück, dass ich Kayn gepickt habe, wenn das passiert ist. Also ich fand, es hat schon was gekracht. Danke. Ja, das war auf jeden Fall, aber... Aber das Black, Black fand ich nicht so gut, also... Oder hat mir nicht so viel Spaß gemacht, irgendwie anders. Gab es keine Drachen, gell? Hat nicht. Ja, das... Aber allein schon von der Grafik, obwohl ich es nicht in vollem Detail spielen konnte, fand ich es halt echt richtig geil, das Jetzige. Das allererste, was ich zockt, direkt Bugsbett Interface weg, ich liebe Riot. Potaito toll liegt am Start, 100% nichts falsch dran. Klick und Arsch. Ich habe halt nur Glück, dass ich Kayn gepickt habe und nicht irgendeinen anderen Junker. Und halt, wo ich am meisten überrascht war, wo du quasi so die Grafik von unten, sage ich mal, gesehen hast, und dann, wo du den Vogel, also den Adler fliegen konntest, äh, wo du den dann halt, wo es von da oben, sage ich mal, genauso geil aussah, das fand ich... Also da habe ich echt gedacht, wow... Ja. Vor allem das Gebiet von Assassin's Creed, den neuen, ist mega groß. Ja. Ja. Komplette Mech ist auch geil. Ja. Du kannst auch einfach mal in die Wüsche reinzureiten. Ich versuche gerade so wieder Geilo. Mal gucken. Meine Ladezeit ist halt lang. Ich versuche die wie schon mal geschaut. Nein. Ich versuche gerade so ein bisschen es auch an. Der ist ja schon wiederzureik. Für mich. Ich versuche gerade mal, ich versuche jetzt noch ein bisschen was. Für mich. Für mich. Ein bisschen ein vieles einfach. Für mich. Weil die Botti-Feedel wieder rein, hey. Du Übel. Achss. Lups. Ah, die Vayne hat, glaub'n, vier Lards, jetzt drei. Hab' ich auch. Ah, die geben auf. Sind Virtua-Held. Ah. Hä? Nice. Weil ich werd' keinen Chang'ler haben. Ich erinnerst dich. Ja, wie lange dauern? Ja, wegen Puckin-Bug-Splash. Wie gesagt. Komm' einfach machen. Spiel-Connector aber. Gerade. Ja, dann lass' laufen. Lass' doch laufen. Führen hier unten. Dann kannst du dich einfach abbrechen. Ja, aber ich mein' er hat halt jetzt... Ja, aber er kommt doch grad. Du joinst doch grad, oder? Ja, also. Ja, aber weißt du, mein' hat ja keiner'n gut bekommen. Äh, nicht schlimm sich. Ja. Ja. Alex, die Wayne hat immer noch keinen. Ja, perfekt. Ach, trägt er auf. Fucking finally. Mein Lappen. Brauch' wenigstens keine Hilfe. Bei einem Waff-Clean. Nürnchen Waff-Clean. Äh, Jungle-Clean. Good play, Alex. Ich fang' jetzt an vor Wraptus. Oh, mir gefällt, dass da jetzt kein... ...de-Action-Jungler da ist. Ja, ich kann dir auch gut helfen, mein Waff. Weil ich muss eh weg. Nene, nene, nene. Ich geh' Ich fang' mit dem Waff-Clean. Oh, Jungle-Jungler, Jungle-Jungler, Alex. Oh, den hol' mal, den hol' mal. Komm. Oh, fuck. Er hat seinen Fehler gemacht, glaub' ich. Der Kane ist ja einer der... ...jungler, der einfach mit Wraptus-Start einfach anfangen kann. Äh, ohne Hilfe. Und das will ich halt loslassen. Ja, das ist weg. Ja, blind. Ich hab' auch echt was sagen können, dein Jungle-Girl. Ich hab' auch echt was sagen können, dein Jungle-Girl. Hätte dir schon geholfen, weil ich wollte ja eh weg Nee, nee, ist ja okay Es ist halt nur ein bisschen dämlich, dass die noch nicht mit den Jungle-Armeldungen befasst hat Wäre Glück gewesen Aber die könnte das ja nicht wissen, also Weil dann wäre ich jetzt komplett am Arsch, wenn die meinen Jungle-Armeldungen das nicht gemacht Aber so ist es ja noch okay So will ich direkt wieder umgehen Ich würde halt nur gucken, dass ich so oft wie möglich ganken gehe Aber Bot hat keine Flash, man kennt die gleich dann Wobei kann sein, dass sie eine Zwischenzeit wieder haben, das war die jetzt nicht Was mich bei brutal aufregt, wenn das die Rollen, die dort sortiert sind im Scoreboard Jaja, ich habe auch gerade wieder sortieren mit dem richtigen Aufkick und Praktikantenberg gewesen Jaja, ich habe einen Schnelldruck Ich habe einen Schnelldruck Ich glaube, ich kriege den aber nicht mehr, wenn ich da ins Erren Na schade Ich wäre lieber auf Bot gekommen, da hätte ich einen Kill gekriegt Ja, ich muss erst mal meinen General Team machen Aber Plus ich habe gerade die mitlehrt ein bisschen beobachtet hier Da war gerade ein Low-Lighter-Gerise Das ist deswegen Ehm, Alex hast du gerade geflasht, ne, oder? Ja, ich habe mal geflasht, nicht schon wieder Plus Topline braucht auch Hilfe Ja, ein Bot braucht, da habe ich definitiv keine Hilfe, ich hänge bei 3-1 Bei mir ist auch alles in Ordnung bisher Ja, das hängt Okay, ich werde hinten reingepränkt, also Der ist nur so behind, aber ich denke später, bevor ich den Senken bin, kann er mich nicht mehr holen Dann war es Marvin Ich hätte Ulti, aber ne, lass da nicht fighten, die sind zu dritt Ja, und? Ja, aber ich glaube, die Vane ist gerade schon stärker, wenn die mal 3 Outer-Attacks auf mich kriegt Ja, bezweifle ich das Doch ist so, also kein gutes Gefühl dabei Bei mir ist mein SS Okay, er ist wieder da Hat gewollt, wahrscheinlich hier unten Ja Oh ne, ich geh für das schon kurz halten Warte halt kurz, du bist sechstisch, Alex Okay Gibt's weg weg nicht Gibt's weg weg nicht Äh, die Botlane ist ja gerade im Front, oder? Ja, ja, die Botlane Geht aber aus dem Dray-Targe Bitte Oh, ich bin nicht Ich weiß nicht, was ich kann's hier für Wasser Ich stappe den mal ganz kurz rum in der richtung ich nicht voll engagiert und so Alex Hitt wurde mal schnell da richtung die Dings richtung Drake na da kommt er schon von das weg die Dings ah sorry konnt ich nichts machen Damage? ja Damage hm 4-1 14-3 ja ich komm ich komm ich glaub nicht dass ich's halten kann aber du hast Ulti ja ich hab Ulti rein zack ich tot jetzt setzt den Ulti auf den Fin die war tot gewesen nice nice ich geh ich geh ich hab nur letztendlich wer ist schon noch bei denen ab bin ich tot die ist tot von da hab ich auf jeden kill gegeben von da hab ich auf jeden kill gegeben von da hab ich auf jeden kill gegeben ups ups kannst du übrigens gleich äh blut nehm 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 k ich geh kurz kurz weg und dann Alex sie kam kurz weg ich hab zweieinhalb oh mein ding ah lass abhauen ich woodshop Ja, aber ich hab keinen Mana, gar nix, kann keinen Slow einsetzen, überhaupt nix, ich hab nur nen Wettbewerb Ja, und ich hab keine Odds und so gescheit, jetzt einfach rein rein Die Vayne weiß nicht wie ich spielen, die kann mich locker holen Ich hab keine Ahnung, guck mal, jetzt stehen sie da zu dritt drin Was, da stehen nur zwei Ja, zu zweit 4 Sekunden wieder ult, aber... ...55 Halt von Halt für die ult Den Rise können wir sicherlich auch, easy kill Ja, ich kann richtig mit Oh, passt schon, kein Stress Ich guck mal, dass ich das geiler mache Ich bau geh noch n bisschen runter und sowas, dann passt das schon Ja, ich guck erstmal, dass ich das geiler mache Ja Boah, nice, ich krieg's dann aber noch Wettbewerb Easy Schöner Lux Oh, jetzt geh ich echt nur mal hee Boah Den leck ich auch Obwohl, der ist gerade draußen Oh ja Kann ich mir Schuhe vielleicht leisten Komm Ich komm Fuck, das war's Flash raus, ja Passt Easy Fast doppelt so wie der Lasted Äh, Adelze, was tun wir? Wett? Oh, wär nicht schlecht, aber Ich hab mit 6 halt die 3er Schuhe gekauft Lauf wo ich tankte Nein, SS Bitte? Ähh, Bot manyns auch, SS Jo Nur zwei, ich lasse mal raus. Ich kuck, dass die... Ich kumm mal runter. Mal gucken, wo die Flampte rumt. Ich kuck, dass die Flampte rumt, um da die Flampt zu holen. Ich kuck, dass die Flampte rumt, um da die Flampt zu holen. Eigentlich auch nicht. Ok, wir haben jeden Wort. Na, schnitt ey, was jetzt der one on one, wo es eigentlich zu gucken hinaus gab, und dann war der Schreck Jungler dann. Nein! Ah, fuck! Egal, mindestens ein Killer noch was geholt. So. 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 Ich muss halt jetzt nur. 3 Minuten warten und ich die Schilderform habe. Das ist das blöde. Aber das ist eigentlich richtig okay. Hi Alex. Willst du einen Strake machen? Ach der Tower. Oh der Tower. Habt ihr hier nun gewartet? Nein, die kommen gar nicht so weit. Die kommen auf die Länge und sind tot. Ich warte bis der an der Tower ist. Okay, let's go. Ja. Ja, ich hab's gerade gecheckt, sorry. Ist okay. Ich bin auch noch, falls hier rein gehen. Komm, ich gehe noch mit, Alex. Mittelspiegel. Der Breed von der. Nein, danke. Ich spür mich hier im Dschungel. Ich bin tot. Der Yasuo, keine Ahnung, wo der ist. Ups. Der Yasuo ist Schilder. Der macht den Herald. Haju kommt zu uns. Lauf Richtung Mitte. Ja, ich kann zack. Der gibt den Herald dann perfekt bei mir ab. Nein. 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 Ich mach den jetzt nevermind. Ich mach den nicht weiter. Das Team kommt jetzt zu mir. Ey, lass doch hier den Herald, Mann. Die sind zu 5. Ja, wir hätten ihn behalten, wir hatten ihn fast nicht. Ach so. Der hat 500 links. Ich hab nur keinen Smite, ne? Ach denn, die kommen gleich alle von oben? Nein. Ja, ich... Jetzt ist er doch ewig. Trazendier ein bisschen zurück. Oh fuck, oh fuck. Ah fuck, sorry. Nimmst du den? Ich hab meine Spells leider nicht getroffen. Na egal, lass abformen. Ja, geht einfach. Ich bin tot. Ja. My bad. Ich hab die Q halt einfach nicht getroffen auf die. Sonst ja die können jetzt tot. Ja, aber der Yasuo ist doch gestorben, oder? Äh... Ja, der Yasuo ist gestorben, du bist gestorben und wir haben Dings gekriegt. Ja, also. Alles gut. Nein. Ja, Mitte. Ja. Nur Bot-Lane. Natürlich, Split-Push, Yasuo. Kann ich den Bot gehen, oder geht's hier? Ich hab keine Schuhe, wo man droht's auch ein bisschen. Hast du das mal gemacht? Aber hab ich das nicht grad eben prophezeit, dass das ein Insur ist? Mhm. Ja. Sechs Sekunden bis Ulti. Ja, ich glaub, die brauch ich gar nicht setzen. Ja. Machen wir Dragon? Wenn wir eh schon alle da sind. Ja. Da oben mal halt Reis und so auch, aber ich warte mal kurz. Ich hab Ulti. Wenn einer reinkommt, ist es halt gut. Ja. 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 Ich glaub, das ist ein Lux. War zu früh Lux. Alex, Ulti, komm. Ich geh back, ich kann meinen Fon kriegen. Wow. So. Das kann am Sinn der Pain-Tran beginn. Na, Bot, Telebot, ich geh mal runter. Ja. Oh, Top ist auch. Matzik zu mir. Oh. Ja, Reis kommt. In gleich zu dir. Reis im Vancom. Weiß im Vancom. Hat jemand Mord denn irgendwo hinstellen kann? Ja. Oh, shit. Na, fuck. Dreck gegen. 12 Sekunden im Cabin. Ja, ich mach nicht so viel Schaden. Ich mach nicht so viel Schaden. Du musst jetzt mal warten. Ich hab's nicht geschafft, dem letzten Wirbel auszuweichen. Oh, da ist noch ne Lux, Anton. Ja, geht einfach ein Tor. Ja. Da ist schon so in die Wellen auszuschwecken. Ne, ne. Das sind gerade alle, das ist... Das sind drei Fäbchen. Ich bin mit fünf Sekunden wieder da, dann kann ich auch ne Ulti-Jaster rausfallen. Wenn du wollt. Mal einen auf die Lane schicken einfach. Kann ich mal machen, dann kannst. Ja. Wenn du so tröst. Wenn du so tröst. Wenn du so tröst. Weil ich die Wehen kräfe, das trifft. Ah ne. Ah, hab ich noch weiß. Egal drauf. Das ist auch gut. 3 Sekunden. Flash. Mache Eigentlich ein Quincy Jungle Egal Ah Harrod läuft ab, ich muss den platzieren Ja dann platzieren, mein doch mit dir einfach Ja dann platzieren sie einfach Ja dann platzieren sie einfach Ja somit würde der Harrod jetzt nicht Überheben in meiner Zeit her Passt schon Wir sind eh am Tower, Marvin macht Schaden Ich versuch mal Top zu halten Aber es sind halt zwei dann Ja dafür fällt der Bot Tower Wenn die nicht sich bewegen Ja das ist aber auch schon unser zweiter Top Tower Ja ich bin ab dem zweiten So ich komm risch im Top Ja ich bin tot Tower, Marvin Ja Tower geht nicht Ja geht einfach weg Das war jetzt grad nicht so wirklich worth Warum kommen alle Was? Nee Das verdient nicht Egal Nein Scheiße Ja das war absolut nicht worth Ja Ich dachte ja das War halt irgendwie Komplett scheiße aus meiner Rück Das nicht funktioniert hat aber die Quinn wieder Ja da musst du halt aufpassen Der Jesu ist zwar siebenmal gestorben Aber hat halt trotzdem sechs Kills Und macht halt trotzdem Schaden der Hölle Ja Ja Das hab ich auch nicht unterschätzt Ich hab die Quinn unterschätzt Komplett Ja das war jetzt halt echt Beschissen Ja ja Wir hätten es da echt nicht so splitten dürfen Ja sorry ich hab Ich hab mich wirklich drauf verlassen Ja das ist halt der einzige Die wirklich gewinnen können Durch Splifforisch im Moment Ja Also ich hab am Anfang gesagt 1 gegen 2 Wie soll ich das gegen 2 halten Ja Wir waren 2 gegen 3 Und haben es geschafft Ja also Ich bin ein Kasser die mit Der 2 gegen 3 ist was anderes als 1 gegen 2 Eine Quinn die irgendeine Range auf den Tower hauen kann Raus dem Marschall Ne jetzt kill es morgen Ja ja schon Ja easy Bom Blick an Alex Der serviert ihn ja Botlane Ja Ah der Jesu der pusht halt nur Geh raus Geh raus What the fuck Wartung Der nicht Da kommt man kann Die laufen zu uns Lauf 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 zu uns das war's gg glaube ich nicht ich bin da im tower kannst du ruhig oben weitermachen da müssen wir ein bisschen absperren auf den wir gehen gerade waren wir echt gesplittet ein bisschen es war halt gerade auch voll banane drauf zu gehen da fehlt's halt irgendwas an damage das problem ist halt die haben halt late game champions wir sind halt im late game relativ useless er hilft sich mehr als ein paar kills abgeben an euch vielleicht kevin bleibst du dran soll ich ulten oh ok fuck das hat mich drüben das macht nicht so viel schaden egal danke ich dachte du könntest da nur rein springen das meinte ich eher ja schon klar aber der rise hat halt so viel leben wenn ich da reingesprungen wäre ich tot gewesen ich mach keinen burst damage ich hab keinen schaden grad mach den tower ja ohne minions wird's schwer ja und der botlen tor kommt ihr da als jemand ein bisschen nein ja ne also ist er push wieder wir holen uns den wir holen uns den die raus uuuuuh oh man obwohl der hat keine ult du kannst fighten glaub ich ja man easy Zeit an Ryzen. 4 Sekunden. Aber ich will hier eigentlich nicht unbedingt für den rausballen. Achtung, bei euch sind jetzt mehrere. Ja. Du klatsch auch mehrere, das ist gar kein Problem. Du weißt ja, wie klar ist, dass du einen ADC mit 14.3 hast, oder? Ja, und Yasu, der den ADC mit 14.3 in 2 Sekunden hat, ist dir bewusst, oder? Den Yasu, ja, den hat Hansi gerade geklatscht. Ich hab 2.3, deshalb lass mal lieber Drake noch machen. Ich sollte uns klatschen, wenn der Tod ist. Die Quinn kommt irgendwie jetzt, glaub ich, zur Hansi. Zumindest ist sie bei uns in den Jungle hochgeflogen. Ja. Oder den Yasu, wo kann ich... Oh, da, die und mein Jungle. Oh, das hat die, was ich gemacht? What? Ja, hier ist dein Blue. Die machen drinnen zum Drachen. Boah, ja geil, die sind halt gerade ganz gut. Ja, wobei, die machen Drake. Da ist die Quinn. Der hat nur gewardert. Oh, fuck. Jetzt ist die Quinn bei uns im Jungle. Zusammen mit Wayne. Wer weiß wie viel noch. Ja, die kann, für Drake. Good job, Smibery. Seid ihr da? Wir müssen mal, ja. Ah, lass Drake mal. Oh, da ist Ding. Komm jetzt Drake. Und dann danach Baron. Drake. Ja, ein Jungle ist tot. Nice. Und Baron auch gleich? Komm, lass einfach zum Baron laufen. Wir sind zu kurz. Wir haben keinen Jungle. Hast du noch Smiter? Ja, ich hab einen Smiter. 5 Sekunden sind wir ab, 2 Sekunden. Jaja, die können nix dagegen machen. Ihr könnt euch noch heilen. Ich geh dann mal auf den Spot und sobald ich wieder leb. Ja. Dauert nur noch ein bisschen. Ich darf den nicht tanken. Wow. Yasuo von links. Yasuo. Therais von rechts. Okay. Okay. Du hast Smite, gell? Ja. Nice. Das war's. Ich geh. Wenn ihr halbwegs Leben habt. Ich hab Full Light. Ich geh. Ich komm auch, weil dir kommen gleich mehrere. Alles gut. Oh, lass den Reis holen. Lass den Reis holen. Hi, Ulti kommt. Nee, die kommt nicht. Aber jetzt kommt sie. Hui. Alter, die Quinn macht mich aber schnell raus. Also irgendwer anders muss dann auf die Bot rotieren, weil ich muss das weg. Die Quinn macht aber auch gar nicht so schlecht die Schaden. Auf der Seite. Achtung. Ach-to. Oh, oh, oh. Es ist die Quinn beim Handen Marvin. Laptran, Laptran. Ah ja. Okay. Quash. Ich krieg dich nicht mehr. Vielleicht raus alles. Es wäre einfach nur ein Baid, welch der drin folgt. Die kommen hier. Die kommen hier. Was ist bei dir hier? Die haben hier das Ding ausgelöst, dieses Sichtdings da. Ja. Also sind sie hier in der Nähe irgendwo. Quinn ist missing. Na ja. Ich könnte jetzt mitlemmen. Ein, push, 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 push. Wir haben einen Baron gerade. Ich hab hier irgendwas, weil ich kann den Yasuo halten allein. Alex, wir sind nur zwei. Wir sind auch in der Nähe. Also das ist nicht das Problem. Wenn du einen Stun hast, hab ich. Quinn komm. So, jetzt. Wow, Exor ist raus sofort. Ich hab keinen Spaß gemacht. Ja, Mann. Das war gut. Ich hab auf den Telefraut. Der Yasuo findet jetzt eventuell aus. Okay. Ich stell dir mal ein Board mitten auf die Lane in der Mitte. Ich kenn den mindestens so OP mit dem Baron. Naja. Ja, Mann. Kuzang raus. Nächste, nächste Lane, nächste Lane. Nächste, nächste Lane. Auf Top. Ich guck mal, dass ich den Board noch. Ja, ich guck mal, dass ich den Board mitnehme. Mach den mal nice. Weil ich hab Teleport zur Not auch. Also ich kann auch kaum. Ja, ich guck mal. Nice, ich krieg gerne. Ja, ich guck mal. Ja, ich guck mal. Hartz IV, oder? Warte, wir sind hier auf dem Weg. Alle klappen. Als Erstes, ich brauche nur 30. Ich hab Politik. Wenn irgendwas ist und ein Watch steht, kann ich auch zur Not teleporten. Wir müssen nur schreien. Ja, wir brauchen. Ich weiß nicht, ich glaub. Ne, wir sind vier gegen. Passt. Passt, dann pushe ich weiter. Push mal, push mal. Klatsch den Hauerwein. Ja, schon mit Musik. Zweiter Inheb ist gleich down. Zweiter Inheb weg. Fuck. Ja, mach einfach weiter. Wenn die Flores hier tankt, mach ich halt Auto-Attack. Kein Problem. Komm, die Flores machen hier die Minions. GG. Ja, das ist ein GG. Wuuuh. Nein, Bumi, mein Essen. Nein, Bumi, mein Essen. Boah.